Warum ist die Deutsche Telekom in der Covid-19-Krise so stark? Das liegt am Kundenfokus. Und wodurch entsteht Kundenfokus? Durch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die täglich im Einsatz sind. Wir haben einfach weitergemacht. Und dadurch können wir als Deutsche Telekom unsere Ergebnisprognose um eine Milliarde erhöhen, auf jetzt 35 Milliarden Ergebnis. Wir sind durch die Fusion in Amerika mit Sprint um 24 Prozent im Umsatz gewachsen, um 35 Prozent im Ergebnis. Unser Free Cashflow wird dieses Jahr 6 Milliarden sein und wir investieren 17 Milliarden in die neue Technologie. Aber was mich besonders freut, ist der Kundenerfolg. Das liegt an drei Themen. Erstens, wir sind diszipliniert bei den Kosten und gehen unsere Probleme an. Zweitens, wir investieren in die Zukunft und hören auch während Covid-19 nicht damit auf. Und drittens, unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind voll fokussiert auf den Kunden. Danke dafür. Danke dafür. Danke dafür.